schönen guten morgen hier aus dem herbstwald weidler sagt grüßt euch ja ich tue jetzt hier gerade meine tassen ein bisschen reinigen und machen wir hier ein schöner fichtennadel weidler mit zitrone und ingwer ja heute geht es um ein thema war mir sehr viel leid abgeschrieben in letzter zeit weil es mitgekriegt haben ich habe einen neuen kanal aufgemacht und diese leute haben dann befürchtungen gehabt dass ich mein hauptkanal Backpacker Wilderness Outdoor schließe das ist überhaupt nicht der fall also das möchte ich gleich vorweg sagen und möchte das heute ein bisschen erklären um was genau bei diesem neuen kanal geht und so und einfach ein bisschen licht ins dunkle bringen was ich da vorhabe wie ich es vorhabe und das wir einfach jetzt hier bei einem schönen Tee ein bisschen erklären das ganze nebenbei wie gesagt machen wir einen kleinen Tee weil es frisch ist draußen es ist so richtig schön draußen es ist richtig herbst mittlerweile traumhaft also wirklich schöner geht es schon gar nicht mehr und es ist feuchte draußen leider scheint die Sonne nicht aber das macht überhaupt nichts an das müssen wir uns jetzt gewöhnen dass einfach jetzt ein bisschen dunkler wird und ein bisschen feuchter und kühler ich habe heute das ganze gleich ein bisschen genutzt mit einem schönen Spaziergang draußen hier entsteht nebenbei das Video und ihr seht ihr deswegen bin ich eigentlich auch da ich habe einen riesen Fässerstick gefunden das ist das Kernholz von einem Baum und das ist mega das Teil das ist unheimlich schwer recht wow also das ist echt ein Gerät und den werde ich zuhause dann weiter verarbeiten das ganze ich war zwar jetzt erst auf Kiensparnsuche ihr habt das Video gesehen aber das habe ich gestern durch Zufall entdeckt ich bin ein bisschen spazieren gegangen am späten Nachmittag und hab dann einen Baumstumpf gefunden der komplett auseinandergefallen ist der war komplett marode und hab dann dieses Holz heute Vormittag herausgearbeitet es ist wirklich ein schöner Kiensparn also dann darf ich sagen fangen wir mit dem Thema jetzt einmal an mit meinem neuen Kanal und und wie es mit meinem alten Kanal weiter geht das Messer ist frisch geschliffen habe ich einen Beitrag gemacht und zwar auf meinem neuen Kanal mein Outdoor Gear Channel also Backpacker Wilderness Outdoor Gear Channel an der Stelle mal aufschau das ist so marode da an der Stelle jetzt einmal Danke an alle die mir da schon ein Abo da lassen haben und viele Kommentare und schauen sie das mit Freude an ist für mich sehr sehr schön dass so ein Kanal so schnell steigt mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet aber warum ich den Kanal eigentlich gegründet habe werde ich euch jetzt ein bisschen erzählen und zwar ist es so dass ich jetzt schon ein paar Jahre hier YouTube mache und auf meinem Kanal sehr viel nur interessiert sind an Ausrüstung wo jetzt überhaupt nichts dagegen spricht ich mache das auch gern aber in meinem Hauptkanal Backpacker Wilderness geht es eigentlich nicht nur um Ausrüstung sondern es geht einfach um die ganze Message wo es euch rüberbringen möchte und zwar das im Wald gehen dieses Verschmelzen mit der Natur dieses Einswerden mit der Natur und die Natur für sich selber als Person zu nutzen dass man da wirklich mit Problemen fertig wird dass man Antworten findet dass man runterfahren kann dass man wieder entspannt nach Hause kommt dass man einfach ein Hobby hat wo man sagt hey das ist jetzt genau das was ich mein ganzes Leben gesagt habe Winterfahrt Motorrad gefahren Feuerwehr keine Ahnung Fußballverein war es irgendwie immer stressig und hier finde ich einfach mein Ruhepol und komme zur Ruhe und werde wieder frisch geerdet und um das genau um das geht es eigentlich bei mir in meinem Kanal und es hat sich so eingeschlichen dass immer mehr nur um Ausrüstung geht und deswegen war die Überlegung schon sehr lange dass ich einen zweiten Kanal gründe und zwar diesen Backpacker Wilderness das Outdoor Gear Channel dass ich das ein bisschen separat halten kann das ganze ich meine in meinem Hauptkanal wird es auch noch sehr viel um Ausrüstung auch gehen und das wird auch weiterhin so stattfinden da wird sich gar nicht so viel verändern ich werde euch das ein bisschen erzählen was sich verändern wird aber in diesem Gear Channel da geht es ja jetzt nicht nur um Reviews ihr wisst von Anfang an dass ich Reviews überhaupt nicht gern mache und fast nie mache sondern einfach Langzeiterfahrungen weitergebt die für euch wirklich sinnvoll sind und wo ja wo man sich eine Kaufentscheidung dadurch leichter machen kann und man kann wirklich Tipps erfahren die wo andere YouTuber jetzt nicht preisgeben weil die eben Reviews machen und zum Beispiel hier so eine Axt vorstellen oder so ein Messer und das wird nur vorgestellt und dann weiter gar nicht mehr stark genutzt bei mir ist es genau umgekehrt wo es sehr sehr schwierig ist das mit den Sponsoren zu verhandeln dass ich einfach hier so eine Axt bekomme kostenlos und kann die testen und das ist jetzt auch wieder super bei mir weil ich dann einfach das Ganze kurz und auf den Punkt gebracht wie ich meinen Gear Kanal vorstellen kann ihr seht, ich habe jetzt schon ein paar Videos rausgehauen so in etwa wird das Ablauf es wird sich auch ein bisschen was qualitativ verändern aber es wird weitgehend Low Budget gehalten weil es geht da nicht um Unterhaltungswert wie bei Backpacker Wilderness Outdoor sondern es geht einfach um die Daten und um die Erfahrungen um die Langzeiterfahrungen wo ich mit diesem Equipment gesammelt habe genau diese Erfahrungen wo ihr draußen sammelt mit Equipment über lange lange Zeit unter verschiedensten Bedingungen gebe ich an euch somit weiter das Ganze läuft so ab bei mir dass ihr das auch ein bisschen vorstellen könnt das ist mein neuer Kanal ich gehe zum Beispiel runter nehme jetzt irgendeinen Ausrüstungsgegenstand ich denke gar nicht stark darüber nach ich nehme ihn weil ich ihn sowieso mitnehmen muss wie so ein Messer jetzt wie du zum Beispiel gehe raus und mache was ich mache wie gesagt kein Review kein Professionelles vielleicht wirkt es auch deswegen nicht so professionell das wird ja nur mit der GoPro gefilmt dass man wirklich nur auf das konzentrieren kann und ich bereite mich darauf auch nicht vor ich gehe runter und sage das was ich wirklich für Erfahrungen mit dem Teil gesammelt habe das Schöne ist man kann es auch wirklich auf meinen Hauptkanal zurückverfolgen dass ich es wirklich sehr lange nutze aber da könnt ihr mir sowieso vertrauen davon sei sowieso ganz schmangen weil das ist überhaupt nicht meine Philosophie meine Philosophie ist wirklich das ganze lang zum nutzen mit Sponsoren zusammen zu arbeiten und das denen auch klar machen dass man wenn man sowas ehrlich bewertet und lang nutzt und die Zuschauer können das mit anschauen dann wandte mehr Vertrauen auf und greifend ändert sie den Artikel bevor ich mir jetzt irgendetwas vorstelle wo es nagelneu ist und glänzt und einer erzählt das ist super das ist das Beste das ist ganz ganz toll das Beste ins neueste Material aber er testet es nicht wirklich und das ist meine Philosophie da bin ich bei sehr vielen Sponsoren angeeckt habe ich ja schon gesagt aber mittlerweile habe ich da ein bisschen weggefunden und verzichte auch auf sehr viele andere Sponsoren wo ich dadurch nicht kriege weil diese Philosophie die nicht verfolgen es ist ja jeden sei es auch gerade für Marketing was sie für eine Philosophie haben eine Firmenphilosophie von einem Produkt aber das ist eben meine und das wird genau so fortgeführt so das ganze kocht jetzt nehmen wir jetzt einmal runter Deckel drauf das ist zum Beispiel auch wie diesen Notkocher hier da habe ich schon sehr sehr viele Tipps gegeben weil falsch schreiben wir gleich wieder ja da wird die Dichtung kaputt ich habe schon Tipps gegeben wie man diese Dichtung wirklich sehr gut wieder hinkriegt und sehr beständig hinkriegt und wie man befüllen kann da baue ich jetzt auch gerade übrigens noch ein bisschen rum mit Biobrennstoff und das ist halt bei mir so auf meinem Kanal und ja jetzt nehme ich aber zurück zum Backpacker Wilderness Outdoor Gear Channel ich glaube ihr habt es verstanden was ich für eine Philosophie verfolge die wir dabei behalten definitiv und in diesem Kanal wird es aber nicht nur um Survival, Bushcraft gehen und Wald und so schon überwiegend weil es Teil von meinem Leben ist aber wenn jemand ja der Mann das gibt bloß nur Bushcraft und so und wird dann gleich wieder beschimpft oder beleidigt weil ich einfach einmal einen bunten Pullover habe oder sonst was der ist auf diesem Kanal nicht viel am Platz aber es wird auch andere Sachen geben ich habe schon festgestellt dass ich natürlich auch andere Kleidung trage ich trage sehr viele sichere Sachen wie ich jetzt da habe auch privat aber ich habe natürlich auch privat normale Kleidung und wenn ich in den Wald raus gehe habe ich sowas immer weil es einfach am praktischen ist aber es geht in meinem Gear Kanal dann wirklich um alles es geht um wie schon Lundhackshosen es geht um Fehlreffensachen es geht um Haglöffssachen keine Ahnung es geht um andere Schuhe es geht um Subboards dann auch einmal es geht um Trainingsgeräte quasi da wird auch ein Video kommen demnächst wie ich da verschiedene Gerätschaften dabei habe bei mir im Sportauto was ich da so nutze draußen wie man Bauchmuskeln trainieren kann was ich da für Erfahrungen gesammelt habe mit Seilen und sonst irgendwas das wird da alles in diesen Kanal einfließen und das ist eben das Schöne man kann das wahnsinnig weit fächern und kann man sich da wirklich für jeden ein bisschen was machen und das freut mich da können vielleicht auch Fahrradhelme mal keine Ahnung was halt ich persönlich auch nutze ich habe wie gesagt ein anderes Leben neben diesem Wald das spielt sich schon im größten in der Natur draußen ab bei mir aber ich habe natürlich auch ein bisschen andere Seiten wo ich auch ein bisschen andere Kleidung und so trage aber das habt ihr schon verstanden das ist noch ein bisschen drin und genau um das geht es bei mir auf diesem Outdoor Gear Channel jetzt ist mein Tee fertig das ist sehr gut ich will noch ein bisschen die Nadeln rausfischen dann und ein bisschen nebenbei erzählen ja wie schaut es jetzt da mit der Regelmäßigkeit aus beim neuen Kanal also da möchte ich mich überhaupt nicht festlegen dass ich sage wie am Hauptkanal immer am Sonntag gibt es ein Video wo es jetzt übrigens dann auch ein bisschen später kommt nicht viertel nach sechs sondern ich will es erst zu sieben acht Uhr dann online stellen und auf dem Gear Kanal mein Gott das lege ich mich überhaupt nicht fest momentan haue ich ganz schön viel raus weil ich einfach ein bisschen was einbringen möchte dass die Leute die auf diesem Kanal gingen da auch ein bisschen eine Auswahl haben von dem her gehen wir da teilweise zwei bis drei Videos momentan wird aber dann auch ein bisschen zurückgeschraubt wieder ganz klar und es gibt wahnsinnig viele Artikel die wo ich noch vorstellen möchte wo ich jetzt wirklich sehr lange getestet habe wie gesagt das ist mir schon lange im Kopf rumgeschwirrt dass ich sowas mache weil wegen dieser Langzeiterfahrung schon immer eh und das kann ich jetzt hier sehr gut umlegen also das ist wirklich cool aber wie gesagt es wird wahrscheinlich so laufen dass ein bis zwei Videos wöchentlich in nächster Zeit kommen eins unter der Woche am Abend und dann als extra Bonus zum Hauptkanal kommt dann am Sonntagabend zur Primetime sagen wir mal Viertel über Achte oder keine Ahnung um den Dreh kommt dann ein Video vom Gear Kanal und dann hat jeder ein bisschen was und ja wie es jetzt ausschaut auf meinen Hauptkanal wo mich natürlich sehr viel gefragt haben ob ich denn jetzt dann keine Videos nimmer bringe und wie es ausschaut mit Übernachtungsvideos und so da möchte ich jetzt auch ganz kurz noch ein bisschen was sagen und das können wir uns erst einmal kurz anhören miteinander hmmm noch sehr heiß aber jetzt geht es weiter und zwar wegen diesen besorgten Zuschauern dass ich meinen Hauptkanal keine Videos regelmäßig mehr Uploade das wird netterfalls der Hauptkanal ist mir einfach verdammt wichtig weil da haben wir ein sehr großes Sortiment aufgebaut und ein Spektrum drin das wo ich natürlich für meine für mein Befinden sich erst ganz am Anfang befinde quasi also ich bin ganz am Anfang und habe dann noch viele viele Jahre geplant dass ich das mache und von dem her wird es auf dem Hauptkanal auch weiterhin immer Videos geben es wird wie jetzt die letzten zwei Videos habe ich so ASMR-Videos gedreht das möchte ich auch ein bisschen probieren da habe ich ein bisschen einiges geschnuppert das macht mir wahnsinnig viel Spaß und da will ich auch meinen Oberleiter so filmen wo ich einfach nicht laber das hat nichts mit denen zu tun dass ich immer wegen meinem Dialekt beleidigt werde das ist eigentlich an der Tagesordnung dass ich da beleidigt werde aber diese Beiträge gehen gar nicht online also die sind sofort im Filter drin bei YouTube und werden dann gelöscht und derjenige gesperrt wenn es unter der Gürtellinie ist da tue ich gar nicht lange rum aber deswegen mache ich es nicht also bei mir diese ASMR-Videos ist einfach das wo ich immer sage ich möchte etwas faire schaffen in meinen Videos und das ganze nonverbal umsetzen und euch das ein bisschen näher bringen wo ich fühle draußen und ihr sollt das auch fühlen dass ihr auch am Wolke kennt und genau sowas macht und genau so dadurch euren Frieden findet das ist sehr sehr geil wenn ich das machen kann und deswegen kommen da sicher die Videos es kommen da andere Videos es kann auch mal sein dass keins kommt dafür kommen da auf den Gierkanal weil ich aber es ist jetzt nicht geplant also ich will weiterhin Videos machen ganz normal wie immer und jetzt geht es dann einmal um mein Auto wie ich mir vorstelle wenn ich eh wieder feil labern dann geht es einmal um eine kleine Unterschlupf zwei verschiedene die ich schon lange bauen wollte und die aufwendig sind aber das möchte ich euch auch unbedingt damit zeigen und es geht um Übernachtungstouren es geht um Touren jetzt dann zum Beispiel meine Islandreise wo ich schon angesprochen habe die wird jetzt dann demnächst stattfinden wie es ausschaut hat sich leider ein bisschen nach hinten verschoben durch Corona wieder einmal weil einfach die Einreisebestimmungen scheiße waren und ich keinen Bock hatte dass ich fünf Tage in Quarantäne gehe in Island aber das wird jetzt auch alles kommen genau solche Sachen werden weiterhin kommen wie gesagt auch diese Übernachtungsvideos da habe ich extrem oft abgeschrieben wegen diese Übernachtungsvideos früher habe ich das sehr sehr häufig gefilmt teilweise alle zwei Wochen und bei mir schaut es so aus ich schlafe fast genau noch so häufiger im Wald draußen aber ich filme es nicht mehr mit es gibt keine Fotos es gibt vielleicht eine Insta-Story eine Baitlin der Früh wo ich einen Kaffee trinke oder einen Tee bei Sonnenaufgang aber ich filme es momentan einfach nicht mit das habe ich das ganze Jahr jetzt so hindurch gezogen weil ich einfach festgestellt habe man sollte nicht alles filmen und alles preis geben auch wenn es Job ist da war scheiße auf das Geld muss ich sagen aber jeder der wo in die Arbeit geht mag sich irgendwo privat zurückziehen und das sehe ich bei sehr viele YouTuber die wo dann wirklich alles filmen egal wo sie sagen zwar sie haben irgendwo noch Privatleben haben sie aber nicht weil sie alles filmen jede Übernachtung und alles ist cool und alles wird gefilmt und sofort öffentlich gestellt da bin ich anders das ist eine komplett andere Philosophie bei mir ich zeige mich zurück dann gibt es diese Übernachtungstouren momentan nicht weil ich die Zeit einfach auch für mich nutzen weil das nicht nur mein Job ist sondern es ist mein Leben also das ist schon immer so gewesen in der Natur draußen und da habe ich dann festgestellt dass mich das ein bisschen gestört hat in Anführungsstriche gestört dass ich da ständig immer mit filme und man versucht alles dann irgendwie cool darzustellen und die Kamera hundertmal umstellen und irgendwie kriegst du schon gar nichts mehr mit von dem dass man eigentlich das Eigentliche um das was man rausgeht warum man rausgeht das zieht dann einer vorbei dann und das habe ich dann festgestellt und habe sofort die noch gebremsen gezogen und habe gesagt okay ne jetzt mal Queer Overnighter die füllen mich nicht mit die mache ich für mich selber und das habe ich auch jetzt so gemacht es kommen wieder Overnighter ich bin zum Beispiel jetzt dann nächste Woche wo es ausschaut also ziemlich sicher sogar zwei Tage allein in der Tschechei unterwegs in einen riesen Wald im Böhmerwald und werde mich da wieder tief hineinbegeben und ein geiles Lager machen und da drin eine Nacht verbringen das ganze wird noch geil mit neuer Ausrüstung also das wird cool das füllen wir auch wieder einmal mit also ihr seht es gibt schon immer wieder Overnighter und wenn ich einfach wieder das Gefühl habe dass ich sage okay ich fülle mir alle zwei Wochen meinen Overnighter mit oder alle drei Wochen wenn ich raus schlafe dann mache ich es auch wieder ist kein Thema sind da Overnighter angedacht mit anderen Youtuber also mit zwei Stück vielleicht auch drei sogar und das will ich auch mal machen gemeinsam Overnighter einfach einmal die Leute besser kennen zum lernen und manche wo ich kenne wieder einmal zum treffen und euch auch ein bisschen da teilhaben zu lassen was wir mir Youtuber quasi so machen was wir so diskutieren da werden wir auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen und keine Sorge an die Leute die wo nur Overnighter wollen die kommen wieder so manch einer hat mir geschrieben keine Overnighter mehr kein Abo ok kann ich nicht ändern aber ich bin kein reiner Overnighter Kanal das habe ich schon immer gesagt es war früher sehr häufig dass ich gefilmt habe den Grund warum es nicht mehr so oft filmen habe ich euch mitgeteilt und es kommen wieder welche keine Sorge da genießt dein Tedio hier außen hörst die Vögel und dann ständig Flugzeuge das ist echt bei uns so schlimm mit diesen Flugzeuge das könnt ihr euch gar nicht vorstellen das ist so nervig aber ich nehme ganz kurz Druck zum Thema und dann sind wir eh schon durch um das ganze jetzt einmal ein bisschen zusammenzufassen also Backpacker Waldenis Outdoor lebt genauso weiter wie vorher mein Outdoor Gear Channel da wird jetzt ganz schön voll reinkommen und auch für euch sehr gut in die Kommentarfunktion was zum Schreiben was ich schon festgestellt habe die Leute tauschen sich wieder aus das ist eigentlich mein Hauptkanal genauso und da ist es noch ein bisschen spezifischer da geht es jetzt wirklich bloß noch um den speziellen Gegenstand und das finde ich als Nachschlagewerk für jemanden sehr sehr gut und da bitte euch darum immer fleißig ein zu schreiben nicht nur dass der Algorithm darauf anspricht damit ist mir egal sondern einfach um das ganze lebendiger zu machen ja jetzt würde ich das ganze einmal kurz zusammenfassen weil das ist noch ein Thema mit Instagram wo ich aussprechen möchte das ist einfach heute ein bisschen eine Aussprache quasi ich kotze mich nicht aus gar nichts aber ich muss einfach ein bisschen aussprechen dass ihr auch wisst wie es bei mir so läuft und wie es weiter geht meine Kanalmitglieder wissen natürlich immer ein bisschen mehr muss ich sagen aber da geht es einfach auch ein bisschen um meine Person und um das Private nennen wir es einmal so ja aber es ist ja so also wie gesagt Backpacker Waldenis Outdoor bleibt der Gear Channel wird sich so weiterentwickeln jetzt einmal schauen was für Richtung das geht dann Facebook läuft so wie immer Facebook gebe ich nicht auf sehr viele YouTuber und Social Media Creator geben Facebook auf das würde ich schade finden ich habe fast 7.000 Mitglieder von dem her warum sollte man das aufgeben weil es gibt viele die haben nur Facebook die haben jetzt kein Instagram oder so und von dem her läuft das auch so weiter bei Instagram ist ein kompletter Wandel gewesen bei mir der mich sehr sehr viel also um die tausende von Abonnenten gekostet hat habe ich aber so durchgezogen weil ich es so wollte und jetzt ist die Rechnung aufgegangen also es ist ganz schön gestiegen jetzt Instagram was sehr geil ist weil ich einfach bei Instagram meine andere Seite zeige meine mehr private Seite und so und es geht nicht nur um Ausrüstung oder um Wald sondern es geht ums ganze Outdoor-Segment oder mein Bild wo ich mit dem Sonnenuntergang mit meiner Tochter tanze natürlich werden die immer so gezeigt dass man es nicht zeigt das ist mir wichtig die Privatsphäre von meinen Kindern und meiner Frau aber da sieht man einfach bei Instagram sehr sehr viele Sachen die wo man hier bei YouTube nicht sieht und das war auch Teil von meiner Philosophie wo ich sage okay das ist mir egal weil ich wollte Instagram eigentlich komplett canceln weil man eigentlich nur Ausrüstung einstellen können hat und davon Likes gekriegt und um das geht es überhaupt nicht es geht da schon um dieses Ganze nicht nur um Ausrüstung und dadurch kann man die ganzen Firmen ganz günstige oder kostenlose oder kostenlose in meinem Fall eine kostenlose Plattform erstellen wo es dann nur um Ausrüstung geht und das sehe ich nicht ein deswegen habe ich auch diesen Gear-Kanal gegründet um das Ganze separat zu halten also sprich Facebook, YouTube ist Wald, Outdoor überwiegend Bushcraft, Survival alles was da zu tun hat Instagram ist dann wieder ganz andere Seiten von mir wie ich auch privat ein bisschen so lebe und so und auch natürlich Wald da kommt alles ein bisschen ein wie gesagt das ist ein sehr sehr großer Teil von meinem Leben man spielt sich ja im Wald ab das ist einfach so also das ist mega geil und das taugt einem das wollte ich auch mal ansprechen dass ihr das auch wisst wie es jetzt da ausschaut bei Instagram weil da hat mich auch sehr viel gefragt wann kommt wieder Bushcraft und so da kommt immer wieder ein bisschen was das ist gestern mal wieder Bilder eingestellt aber es kommt auch sehr vieles anderes also wer sich dafür interessiert für meine Person für das ganze Outdoor kann gerne auf Instagram schauen da findet ihr eine andere Seite ein bisschen weil jeder Mensch hat ein paar Facetten im Leben und nicht nur eine genau ja was mag ich jetzt erst mal aussprechen ganz zum Schluss noch dann sind wir durch jetzt singe ich noch ganz kurz vor allem labern weil diese Leute jetzt sowieso nicht mehr dabei sind die immer sofort Daumen nach unten drücken wollte erst nicht aussprechen aber ich spreche es auch nicht dass ihr es wisst bei den meisten Videos auch im ja im Hauptkanal und im Gear Kanal habe ich diese Daumen und Daumen nach oben Funktion ausgeschaut habe ich bei sehr vielen anderen in YouTube auch schon entdeckt weil ich ja festgestellt ich habe diesen Kanal gegründet diesen Outdoor Gear Kanal und sobald ihr ein Video einstellt ist mir am Hauptkanal auch schon aufgefallen ist ein Video online zwei Minuten das war eine Stunde dauert das Video und nach Heuschauer 5 gefällt mir Daumen nach unten und das sind einfach Leute die selber mit dem Leben nicht klar kommen und irgendwie neidisch oder irgendwas neidisch produzieren projizieren auf meine Person und mir da eins auswischen wollen und ich habe diesen ja diesen Hatern wie man es sagt jegliche Form genommen ich will das nicht mehr ansprechen und es gibt Filter die fallen sofort alle in Filter ein weil immer der gleiche Schmank geschrieben wird und auch diese Daumen nach unten Funktion und Daumen nach oben Funktion ist ausgeschaltet ich persönlich kann es noch sehen also wer Daumen nach oben drückt freut mich definitiv also das ist auf jeden Fall wer Daumen nach unten drückt kann es machen es wird keiner mitkriegen von dem her weil ich einfach das ganze in keinem ersticken mag weil da habe ich keinen Bock drauf auf diesen Neid auf was man sich ja was man sich selber aufgebaut hat ich kriege auch nicht das Geld in den Arsch rein geblasen ich muss auch was dafür und ich arbeite sehr sehr frei dafür nur ich arbeite heute das Auto es steht jedem frei das zu machen und ich habe sehr 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 verdammt sehr viel Energie eingehängt und Zeit dass ich da bin wo ich jetzt bin und ich bin auch nicht so dass ich sage okay ich bin jetzt der und ich kann ein Geld schwimmen und alles ist Friede Freude Eierkuchen und ich habe ausgesagt für das Leben und Scheißdreck so ist es überhaupt nicht also ich muss auch schauen dass ich meine Cent und Euro zusammenhalte und schau dass ich am drunten komme aber ich bin diesen Weg gegangen und ich bin jemand der einen Weg geht und dann auch circa durch und wenn ich auf die Schnauzen falle dann soll es das sein dann stehe ich auch dazu ist kein Thema und dann gebe ich meine Tipps an andere weiter und dass der den gleichen Fehler nicht auch macht aber bis jetzt habe ich noch keinen Fehler gemacht okay aber nicht so viel okay das war es eigentlich das wollte ich jetzt ganz zum Schluss da sprechen weil diese Hater schauen sich das Video gar nicht an die tun einfach nur eine Drucker und Daumen nach unten komische Gesellschaft aber ich habe zwar schon mal hin und wieder Daumen nach unten gedruckt aber meistens als irgendwas mit Sachen zum tun wo Tiere gequält werden und so und solche Sachen und das oder Kinder quasi irgendwie da blöd dargestellt werden und das mag ich einfach nicht also das ist ja auch ja kann man erkennen dass das ein Schmang ist aber jetzt ein Video einstellen wo ich im Wald rausgehe und Anleitung gibt es zum Waldbaden und dann kriegst du gleich einen Daumen nach unten und einer nach den anderen die haben es nicht verstanden um wo es geht wie gesagt meine Botschaft meine Message ist eine ganz andere die habe ich euch erklärt und nicht nur Ausrüstung alles klar schön dass ihr zugeschaut habt bis jetzt dann war ein kurzes Statement von mir einfach einmal ich will immer wieder einmal machen auch die Sprache kennt wieder und ja ich würde das noch ein bisschen weiter bearbeiten meinen Tee trinken und die Zeit noch ein bisschen genießen und dann geht es bei mir auch wieder ins Büro bis spät nachts meistens ja meistens immer nur nachts schon tagsüber bis um drei dann ein bisschen frei ein bisschen Wald gehen und dann wieder nachts soviel zu dem Thema dass wir YouTuber nichts machen stimmt überhaupt nicht alles klar danke fürs Zuschauen ich wünsche euch alles Gute bleibt anständig und sauber wir sehen wir uns bald wieder kommen ein paar geile Videos jetzt und schaut rein wenn der Overnighter kommt der wird auch mega also piert euch der Weitler sagt Servus die wir sehen uns bald wie dieser in der reine diese raus in der